Ja, mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nasslock Variante. Und heute werden wir den nächsten der Top 4 besiegen. Ja, ich weiß schon, dass wir ihn besiegen werden. Und unseren Pokémon geht es recht gut, außer dass wir drei Top Genesung verbraucht haben, was ein bisschen blöd ist. Ich schaue mal nach dem nächsten Gegner für uns und der ist anfällig für Boden. Haben wir eigentlich irgendwas für Boden? Nur mal so geguckt. Ich glaube, wir haben keine Bodenattacken, oder? Wir haben keine Bodenattacken. Das nächste Pokémon ist ein kleines Problem. Wir müssen jetzt one-hitten, sonst wird es explodieren. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht die ein oder andere Bodenattacke noch haben. Wir haben noch einen Schaufler. Wir haben noch einen Schaufler, der ganz gut ist gegen eine Explosion. Ähm, ansonsten fehlt uns da eigentlich, äh, so ein bisschen eine Fähigkeit. Na gut. Gucken wir mal an den Schaufler. Hat's Nox noch was frei? Ansonsten muss Machi, äh, da ran. Ne, wir brauchen das alles. Alles, was er hat, brauchen wir. Okay. Machi! Du wirst unser Trumpf in dem nächsten Pokémon-Kampf. Oh je, oh je. Aber ich glaube, wir haben eine Attacke, die sinnlos ist. Barriere. Komm, tschüss Barriere. War mir eine Freude. Aber du musst weg. Ich hoffe, er explodiert. Nachdem ich Schaufler eingesetzt habe. So, beim letzten Mal war das schon echt cool. Und ich werde einmal kurz, äh, meine... Kann man ein bisschen größer machen? Ui! Äh, ja. Kleine Neuerung für euch. Äh, mir sind die Fäden rausgefallen. Beim Reden. Das heißt, ich habe jetzt keine Fäden mehr drin. Äh, ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich denke, es ist alles recht gut verheilt. Also, äh, hoffen wir einfach mal das Beste, dass nichts aufweist. Ups. Und, äh, ja. Mal gucken. Na, Koga? Ich bin Koga, der Top 4. Ich habe schon das fünfte Mal gegen dich gekämpft. Ich weiß, was du sagst. So in etwa. Du hast mir nie gemerkt, weil du eigentlich scheiße bist. Ich hasse dich. Das ist der Typ, den ich hasse, weil er Toxen hat. Wir müssen den echt überall onehitten. Damit er uns nicht vergiftet. Ich glaube aber, Skunk Tank kann Erdbeben. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall würde er erst spät bemerken, dass wir schauflackern. Aber wir sitzen mal schauflackern. Explodier einfach, bitte. Komm. Mach einfach Explosion. Und dreck's ab. Was will das denn jetzt? Was will das denn jetzt? Okay, machst du es nochmal? Nein, Tiefschlag. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Das finde ich jetzt mal gar nicht nett. Also. Er sitzt schauflackern. Er sitzt schauflackern. Er sitzt schauflackern. Ja. Wuhu. Geile Nummer. Geile Nummer, Dude. Ich glaube, Skunk Tank explodiert, nachdem er tot ist, oder? Ich glaube, wir kriegen nochmal Schaden und Mews weg. Das, äh, das empfinde ich jetzt echt als fies, das. Ja. Ja. Egal. Tschüss Mew. So ne Scheiße. Voll und Bär. Okay, wir gucken, was als nächstes kommt. Ich hoffe, wir wissen, was als nächstes kommt. Das ist ja eigentlich nur Spekulation. Ich vermute mal auf Toxiquack. Und der hat Psycho. Na gut, wir haben ja zum Glück noch ein Psycho-Pokémon, ne? Alles gut. O-Mod. 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 Juh. So. In der ersten Generation, ja, das könnte es egal sein. Feuer, Flug, Gestein, Psycho. Ja gut, der hat auch eine Psycho-Schwäche, deswegen machen wir einfach Sondersensor. Der Penner hat einfach mal Mew getötet. Ich glaub's nicht. Ich hab einfach so voller Bock drauf hatte. Ha! Nochmal Hashtag Mitleid für O-Mod. O-Mod hat echt keinen Schank gegen mich. So. Toxiquack. Der hat ja... Was war das Feuer, ne? Das Feuer? Psycho. Na gut, dann bleiben wir drin. Hier fach Psycho, bleiben wir drin. Sorry, ich muss mal kurz was machen. Äh. 82. Machi. Das zweite Mal Machi, ne? Das zweite Mal Machi tot. Machi is to be sorry. So ist das Leben. Mal stirbt man, mal nicht. Wir schaffen das auch so. Wir schaffen das auch so ohne Machi. Ich... Ich seh's positiv. Einfach nur positiv. Okay, Toxiquack ist weg. War nicht. War eigentlich klar, also. Logisch. X-Bud. X-Bud. Was hat denn so das X-Bud drauf? X-Bud. Dein schnellstes und stärkstes, ne? Ja, was? Auf die Seite zu aktualisieren. Warum tust du das? Elektro, Gestein, Eis, Psycho. Oh, wir bleiben drin. Er wird Konfusionsstrahl machen. Das wissen wir alle. Wir kennen den Sack. Wir hassen den Sack. Deswegen Sondersensor. Ich darf anfangen. Ist doch ne Lusche. Bist nicht schnell genug, X-Bud, ja? Bist eines der schnellsten Pokémon, aber nicht schnell genug für mich. Ich hab schon wanted. Wanted. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ich weiß nicht, wie ich es gerade geschafft habe, aber ich hab einen Knopf abgedrückt. Jetzt soll ich wieder dran. Schluck weg. Schluck weg. So. Dich mag ich ja auch am liebsten, ne? Boden, Psycho, wir bleiben drin. Der Typ ist verdammt tanky. Oder kann tanky werden. Deswegen werden wir ihn one-hit. Jetzt. Sofort. Bam. Nur dieses Toxik-Quad ist wirklich ein Problem. Wenn wir kein Erdbeben oder so haben. Mit Erdbeben. Der kann eigentlich nichts gegen Erdbeben machen. Selbst wenn er Schaufler einsetzt. Bäm. Und er ist tot. Und er ist tot. Ähm. Deswegen. Als nächstes Mal daran denken. Falls wir, falls wir verlieren. Leute, falls wir verlieren. Ich, ich bezweifle, dass wir verlieren. Aber falls wir verlieren, äh, dann brauchen wir auf jeden Fall, äh, irgendwas mit Boden. Äh, Slymog. Den mochte ich auch so sehr mit Komprimator, ne? Boden, Psycho. Ja, gut, bleib ich dran. Danach, nach diesem, äh, Top-4-Leiter, haben wir noch einen. Und der wird mir sehr viel Angst machen. Und zwar Bruno. Bruno macht mir Angst. Aber wir haben ein psychisches Pokémon. Besser wäre es, wenn wir zwei hätten. Und, äh, ja. So. Jetzt muss ich mir den Deckel hier zurechtlegen. Hihi. Ja, ich mach's mir immer bequem beim Auflegen. Ach, nö. Ach, nö. Wisst ihr was? Als ich die Pokémon trainiert habe, haben ganz viele von diesen Pokémon, ähm, Sternenschauer beherrscht. Und ich dachte mir, Sternenschauer brauch ich sowieso nicht. Da sehen wir's doch. Gut, Sternenschauer hätte ich sowieso nicht benötigt. Das vergessen. Ja, war ja klar. War ja klar. Komm, Volltreffer. Gib mir einen Volltreffer. Bitte, komm. Volltreffer. Ach, komm. Der setzt doch bestimmt jetzt Toxen ein oder so. Kannst du mal was anderes einsetzen? Was, was bringt dir das? Du setzt irgendwie nach, nach zehn Jahren setzt du irgendwann deinen komischen Schleimball ein und dann treffe ich dich bis dahin nicht. Ich stelle den Ernst, ey. Wieso ausgerechnet bei dem Pokémon das ich am wenigsten mag? Hör doch auf! Hör doch einfach bitte auf. Ich hab dir doch nichts getan. Volltreffer. Bitte, bitte, volltreffer. Bitte, volltreffer. Bitte, bitte, bitte. Wie kann ein Pokémon so lange überleben? So viel Glück kann man doch nicht haben, oder? Dass ich ausgerechnet dann immer nicht treffe. Wollen wir es wirklich versuchen, oder wollen wir tauschen? Hätte Zuckermatti echt irgendwie die Sternschauarbeit bringen sollen, oder so. Lichtkanone, Donnerlawine. Das Nox brauchen wir. Ich könnte quasi T800 einsetzen. Taucher. Da erhöht die Spezialverteidigung deutlich. Aber wenn er mich vergiftet, bringt mir das alles einen Scheiß, ne? Ich probier's. Nein, warum? Holy shit! Ach, nein. Okay, top Genesung. Was ist das? Ist so ein verfluchtes Dreckstück. So ein verfluchtes Dreckstück. Wie kann man nur so nervig sein? Wie kann man nur so nervig sein? Das ist doch nicht möglich. Beim besten Willen nicht. Wieso hab ich nicht gewonnen, Hintet? Wieso hatte ich nicht einmal Glück bei diesem Scheißpenner? Kräder schreit. Kannst du knicken, Alter. Er heilt sich aber die ganze Zeit, wenn ich Taucher einsetze, ne? Ich treffe! Ich treffe! Alter! Du kleine Nervensäge! Ich glaub's nicht! Ich dreh durch! Jetzt kann ich eine top Genesung einsetzen wegen dir, du Vogel! Ich hab mein gesamtes Arsenal an dir verpulvert, aber trotzdem verloren, ja. Drecksack bist du. Was trägt dieses Pokémon-Stück nicht sofort? Ich muss top Genesung einsetzen, weil als nächstes Bruno kommt und ich brauche Schad gegen Bruno. Das kleine Dreckstück, ne? Das miese Subjekt. Egal. Als nächstes kommt Capoeira. Flug Psycho W. Ja gut, wir haben Psycho. Wir hätten zwei Psycho-Konauten. Sind wir jetzt beim Laser-Tag? Weißt du? Okay. Wir sprechen mal ganz gechillig ab, ne? Wir machen uns hier keinen Stress. Viel wird schon funktionieren. Drückt mir die Daumen. Zack. Ansonsten sind wir halt Neonfarben. Ist auch ganz cool, ne? So zwischendurch mal ein paar Neonfarben sehen. Das haben wir 14 Minuten gebraucht, um gegen Koga zu kämpfen. Nur weil der so ein scheiß liebevolles Pokémon hat. Okay, drückt mir die Daumen für ganz viele One-Hits. Ansonsten haben wir ein ganz, 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 ganz großes Problem. Ach, Mew. So ein Scheiß. Naja. Was soll's. Capoeira. Ich hoffe, ich One-Hitte euch alle. Schad ist ja zum Glück recht schnell. Psyokinese hätte mir viel mehr gefallen. Psyokinese ist viel stärker. Und deswegen war Mew auch so, so wichtig. Hm. Okay. Hariyama. Ich meine, ich muss eigentlich nicht gucken. Es sind alles scheiß Kampfbogen worden, die alle irgendwo Schwäche bei Psyokinese haben. Bis auf Lucario. Psyokinese. 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 Und Lucario hat Schwäche. Feuer, Kampf, Boden. Kampf. Das wird ein 1 vs. 1 mit Julian. Insofern ich die anderen One-Hitte. Wäre schon klasse. Denn die Steinkante wird Schad nicht aushalten. Das weiß ich. Er wird einfach keine Steinkante aushalten. Aber ich kann nur hoffen, dass er alle anderen Poco on One-Hittet. Psyokinese. Das macht mir echt Angst. Wie langsam der Balken runter geht macht mir Angst. Macho mai. Okay, Leute. Nur ihn werden wir nicht One-Hitten. Wir müssen eine Steinkante überleben. Und das wird schwer. Holy shit! Gewonnen, Hittet! Okay. Das geht doch. Lucario. Ja, dann wechseln wir mal. Julian! Ganz ehrlich, ich hatte vor Bruno echt Angst. Aber mittlerweile ist er so gut wie tot. Ich meine, es ist noch nicht vorbei. Wir wissen alle, dass ein Pokémon alles entscheiden kann. Es ist noch nicht vorbei. Aber er ist kaputt. Ich hätte niemals gedacht, dass Lucario Stahl ist. Das ist ja doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Psy! Komm, Asch, bist du. Lucario. So. Kikli. Ja gut, dann wechseln wir wieder zu Schad. Schad hat Spaß am Sondersensor. Ich meine, wenn er Machu Mai gewonnen hat, dann würde er den Rest auch gewonnen hat. Also. Mich irritiert es ein bisschen, dass er irgendwie seinen, 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 äh, Onyx weggeworfen hat. Er hätte locker daraus einen Stahl ausmachen können. Dann hätten wir ein bisschen größeres Popeling gehabt. Wobei, wir haben eigentlich Julien. Julien hätte ihn auch gewonnen hat. gewonnen hat. Easy. Ach, schön. So sollte ein Top-Vier-Kampf laufen, Freunde. So und nicht anders will ich, dass alle anderen Top-Vier-Kämpfe laufen. One-Hits über One-Hits. Aber wir wissen beide, wir wissen alle, nicht beide. Wir sind ja nicht nur zu zweit. Wir wissen alle, dass es nicht so sein wird. Nokchan ist übrigens sehr schnell. Aber nicht schneller als wir. Ich meine, wenn wir schneller als X-Bad sind, sind wir auch schneller als Nokchan. Denn, der letzte wird, wie immer, ein Problem sein. Wir haben ganz viele Pokémon, die Eis attacken können. Also im Endeffekt, wenn wir ein Pokémon haben, was schneller als alle anderen von ihm sind, ist er tot. Weil vierfacher Schaden, das wird keiner aushalten. Egal, was von der Attacke ich einsetze, wird keiner aushalten. Ich habe verloren und damit kein Recht, weiter zu sprechen. Gehe nun weiter in den nächsten Raum. Ja, ich weiß. Komm. Ja, das war easy. Wir wissen, dass der Pokédex an dieser Stelle anfängt zu lügen. Die nächsten beiden Trainer sind einfach nur Lügner. So. Das heißt, wir haben als nächstes Snibuna. Snibuna ist anfällig gegen... Vierfach gegen Kampf. Vierfach gegen Kampf. Oh yeah. Gut, Freunde. Aber ich würde sagen, die nächsten beiden Trainer sparen wir uns für morgen auf. Nicht, weil ich gerne 20 Minuten habe, sondern weil wir als nächstes zwei Trainer haben und somit die letzten beiden der Top 4 sehen werden. hoffentlich, falls wir jetzt nicht sterben, was natürlich sein kann. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Tschüss. Tschüss.